Hallo und willkommen zurück zu Sniper Elite Version Nummer 4. Er will, dass ich die Rolle wechsle. Ich bin Agent Harry Hawker. Dann ist mir jetzt die Scharfschützenwaffe gegönnt. Die Pistole habe ich so oder so. Ja gut, dann drücke ich auf bereit. Jetzt gehts los. Jetzt gehts los. Äh, mir fällt grad auf. Ja? Ich habe jetzt natürlich 20 Unterschall-Munition für meine Sniper dabei, die ich nicht brauche. Hätte ich was sinnvolleres mitnehmen können. Aber ist halt so wild. Wir kennen das ja schon. Es kann losgehen. Wieso kennen wir das schon? Das erste Map, die wir so spielen. In dem Spiel, aber okay. Ich weiß nicht, was meinst. Bei mir hat er nur gesagt, fangen wir an. Vielleicht können wir... Ach so, du hast das Feldstecher. Ich muss dir also alles und alles mögliche markieren auf der ganzen Welt. Jetzt mal ne Frage. Habe ich hier? Ja, da ist ein Generator. Okay, einmal bitte gegentreten. Äh, pass auf, bei dir oben gibt's Leute außerhalb der Map. Siehst du, er ist gelb geworden. Weil... Damit habe ich jetzt so ganz, ganz spontan nicht gerechnet, muss ich ja ehrlich gesagt sagen. Ach, du lässt er draußen alleine. Verstehendlich. Also du kannst meiner Meinung nach rumballern, wo du willst. Ich muss natürlich... Ich möchte möglichst lange silent bleiben, ehrlich gesagt. Weil das schon so mein Leben ein bisschen ein Problem ist. Hier sind schon gelb. Und mein Fehler. Habe jemanden töten müssen. Also du kannst sie gerne einfach schon mal runterballern. Boah, die Map ist dreigeteilt. Interessant. Okay, was wollte ich jetzt nochmal mit der Waffe machen? Ach ja, Lunge und Umgebung. Aber das lässt sich nicht wirklich kombinieren. Äh, könntest du dafür sorgen, dass jemand unter das, äh, Ding da geht? Was du markiert hattest? Gut. Ich probier's mal. Falls die überhaupt reagieren, wenn's jetzt gelb ist. Ich hab'n Stein drunter geworfen. Weiß nicht, ob der da hin und auf geht. Ich hatte kurze Ausrufezeichen. Ich glaub', dass das die nicht mehr interessiert, jetzt wo sie gelbsen. Ja, da müssen wir drauf warten, dass die nicht mehr gelbs sind. Okay, ich glaub', so kann ich das nicht durchhalten. Ich töte die noch, wenn du niemanden erschießt. Wo ist der in Lunge? Oh. Du hast ganz schön viel auf einmal in die Luft jagt, aber mindestens einen getötet. Nur einen, würde ich fast sagen. Es war kein Umgebungsflug. Ich verstehe das nicht so ganz, aber okay. Fahrzeug-Explosion-Skill vermutlich dann. Ach, das war auf jeden Fall die Lunge. Der ist hinterm Baum. Das scheint zu obskuren. Ich seh' niemanden mehr. Ich muss die Position wechseln. Ja, er lebt immer noch. Äh... Sag mal, warum hält die so viele Schüsse aus? Mein Gott, was hast du für eine Leber? Ich hab' dir einen Sniper markiert, der mich nervt. Oh, das ist ein Sniper, okay. Ah... Ein Trupp Scharfschützen terrorisiert die Einheimischen. Ich muss etwas unternehmen. Muss ich ja weiterlaufen anscheinend. Ja, ich kann ihn nicht ausschalten. Es sind alle Gegner, die bei mir sind. Wir haben das ein bisschen unfairer gestaltet hier. Oh, holy shit, der kotzt mich jetzt schon an. Das war das Herz? Okay, von mir aus. Ach du, Minen! Nice. Habe wohl alles Verwendbare eingesagt. Bei anderen Worten, ich muss jetzt aufpassen. Ohne den Feldstecher. Oh, richtig. Das ist ja fies. Da ist auf jeden Fall eine. Das hier wird sehr nützlich sein. Hat jemand gerotzt, oder was war das? Ja, er ist halt gestorben, Mann. Ich kann auch nicht... ...helfen. Gibt's hier Abschiedbriefe? Natürlich. Gibt's hier Abschiedsbriefe? Ich muss die alle looten, ich hasse es. Ach nee, das ist kein Draht. Das ist diese Mine, die hoch springt. Die kann man auch entschärfen, oder? Ja. Ja. Ja, ich weiß zwar nicht wie, das möglich sein soll. Volltreffer. Aber... Das Spiel lässt es... So. Gibt's hier irgendwelche Dokumente? Ich hätte gerne Post. Haben sie da? Mein Gott, aber warum hält ihr denn so viele Schüsse aus? Hat die Waffe so wenig Damage? Mann, tot! Er ist nie bei Baller gleich zu mir. Ich hab zwei Minen entschärft. Ich hab volle Angst vor einer dritten. Aber ich erkenne nix. Du musst das wohl riskieren. Der war ja, dass hier nur eine Stahlfahrradmine ist. Aber anscheinend nicht. Da vorne ist das Minenschild. Also das Ausgangsminenschild. Es geht, es geht nah am Rand. Keine Ahnung. Okay. Sniper! Scharfschützenkill. Ähm, was mit der Lunge? Übrigens... Ich glaub, das ist sein Bericht. Ja, eins von drei. Klingt gut. In ihm selber liegt, glaub ich, keiner drin, denk ich mal. Sonst nichts. Da ist Fass. Warte mal, Stein. Ich kann doch weit werfen. Boah, der Panzer ist aktiv, ey. Okay, viel Glück. Ich bin im Gebüsch. Bist du jetzt ein Umgebungskill? Immer noch neu. Darf es dann nicht explodiv sein, oder was? Die zählen dann nur die Dinger, die auf ihren Kopf fallen, oder was? Wenn es nur Umgebungskill heißt. Ich dachte, das wär dann... Es wär dann mehr erlaubt und nicht, dass es weniger erlaubt wär. Ich hab keine Ahnung. Ah, da hinten muss ich was sprengen. Ich markiere mal ganz viele Leute. Taub dich aus. Oh, was ist das denn? Versuchbare Kisten. Na gut, auch markiert. Oh mein Gott, ist das teilweise doof. Warum ich se... Was ist das für ein Sniper? Hatte der lautmose Munition, oder warum hat der hier nichts? Ja, er hatte lautmose Munition hier, das seh ich schon. Ich will wieder mit'n Generator auf. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Soll ich hab hier ein Panzerproblem. Hm. Und scheinbar auch mir ein Problem. Hm, ich hab hier einen Brief. Ja, das ist gut, dass bei dir auch Briefe rumliegen. Ich beundrück die Tatsache, dass ich langsam umzingelt werde. Also den Typen, der alleine ist, töten? Ansonsten, ich versuch mal, ob ich da hinkbar bin. Keine Ahnung, ich mein ja eigentlich nicht mit der Leid. Laut schießen, aber dann schieß ich halt laut. Hast du nicht Unterstrahl-Munition eingesammelt? Mein Charakter hat sich... Ich schon, aber... Das ist nicht so viel, wie ich gern hätte, sagen wir sowieso. Okay. Ja, okay, hohen Treffer. War jetzt nicht mein Plan. Okay. Den Schuss in seinen Brustkorb hat er überlebt. Den auch. Kannst du eigentlich in die andere Richtung weiterlaufen oder hast du gesehen, dass da eine Sackgasse ist? Was? Ich kann hier schon weiterlaufen, aber da bin ich doch nicht näher an dir dran. Ja, darum geht's nicht. Wie soll ich dir denn helfen, wenn ich nicht näher an dir dran bin ich? Wie ist die Zelle? Sind die zu rot? Oder hast du laut geschossen? Ja, hab ich. Achso, na gut. Dann kann ich ja auch laut schießen. Wobei andererseits, es hilft mir, wenn die nicht wissen, dass ich hier bin. Hast du denn an sich genug Munition oder ist das auch ein Problem? Langfristig. Jetzt wissen sie, wo ich bin. Jetzt wissen sie, wo ich bin. Das könnte ein langfristiges Problem werden. Achso, da... Ja, was zur Hölle, wie soll ich der auf den schießen? Harry Hawker. Sogar mit Vertonung. Auf Deutsch, krass. Oh mein Gott, dieser Fuck-Panzer. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf den schießen soll. Der ist endlich für ein Baum im Weg. Kannst du den Truck erreichen, der daneben ist, oder muss ich denn... Ich hab gesagt, da ist ein Baum im Weg. Der geht nicht weg. Na gut. Ich versuch mal was. Kann halt hier weiterlaufen, aber... Weiß nicht, ob er das wirklich hilft. Ich will ja nicht sagen, dass das hilft. Das sind nur mehr Bäume. Ich hab... Oh, ich hab die 100 Kilometer Schussreichweite. Und Schichtmann bekommen. Wie freundlich. Der Panzer hat es also überlebt, dass der Laster weg ist. Und der Baum ist natürlich immer noch im Weg für dich. Man hat das nicht geholfen. Oh, von hier aus kann ich ihn jetzt vielleicht auch rauschen. Aber da brennt's schon. He. Es war einfach komplett weiß. Okay, von hier aus. Trotzdem ist er verreckt. Oder, obwohl es nur der Bauch war. Die Faschisten haben Benzin im Blut. Ich muss die Zufuhr unterbinden und mich um die Tanks kümmern. Alleinfach weiter. Ich bleib nochmal im Anfangsgebiet und guck mich um. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh. Ich hab dein Panzerfaust-Türfjagen hochgeschossen, oder was? Oh. 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 ich habe wohl vergessen mehr finde ich habe ich irritieren die zwei leute die ich habe die ein markieren können dann dann sehe ich von hier aus auch nicht ein weitschuss rang see der panzer der steht kann ja ich weiß nicht kann ich ihn dann jetzt sprengen ich weiß nicht ist seine laufeinheit habe ihn gerade aber kann scheinbar selber reinschießen auch die kann ich vielleicht sogar treffen das war die lunge noch fünf lungen treffer und noch zehn umgebung skills die sich aber echt irgendwie selten anbieten ich weiß nicht so ganz wo man die gut machen kann ich dachte dass einer von denen bis zum fass rennt aber nein die machen alle ihre deckung weiter vorne das sieht so aus als wäre ich hier unten fertig bis auf mein aktien ein akten einsammeln ziel hier was deine aktien ja die muss ich jetzt einsammeln das sind noch ein papier damals ach ja ich hab dir ein paar leute markiert hast also gpu könntest du so lieb sein und nicht über 90 grad heiß sein das ist ja gut rief aus der heimat ist immer schön aus der heimat oder innen die heimat ja ich weiß auch nicht warum das so unterscheiden müssen aber tut's was ihr nicht lassen könnt sein oder nicht sein das gebäude kann ich ja sicher nicht betreten da vorne sind gegner kümmere dich um sie du kannst soll ich mal versuchen einen weit entfernten pistolen kill zu machen ja meinetwegen ach scheiße ich kann ja nicht mal markieren da kann ich ja schwer herausfinden weil sie weg sind wenn ich sehe welchen du meinst kann ich ihn markieren aber ne war treff ich glaube nicht dass du so weit hier hinter gucken kannst ich glaube hier endet auch nicht mehr das hier wird sehr netzlich sein aber ich denke mal zumindest dass es keine snipe opposition ist von der ich hier helfen kann sondern eher da ist weil hier einfach Leute tun dürfen dann kann ich von hier aus nach irgendwo anders wichtig hinschieben sein hier ist ein generator da vorne ist ja komplettes haus bei dir ist auch was zu tun das ist nicht mehr so dass du nur noch aus der entfernung ballast und an einem ort stehst du hast zu tun das ist doch auch ganz geil ich meine ich war da immer noch aus der entfernung aber ich bin ja okay ich spreng den trissort das ist mir jetzt auch egal was haben wir dafür sind ja gerade gesprungen ich habe einen scharfschützenkonkurrenz es gibt drei stück die du töten muss das ist neben das ach so ok ja falls du also kannst ach mein gott alter egal laden wir nach ich gehe wieder zurück ich glaube in die andere richtung sollte man auch gehen der sniper weg der sniper weg bete dass ich nicht sterbe ich gehe gerade hier fallen mitnehmen ok ok ich kann dir auf jeden fall sagen dass ich dich wahrscheinlich nicht wieder belieben könnte ich sterbe wohl das ist ein panzer ich glaube der töd ich jetzt spreng ich meine ich kann einen panzer natürlich nicht töten oh hier liegt ja eine mine auf dem tisch ja gut laufen wir zurück durchs minenfeld sollte er jetzt eigentlich leer sein ich gehe dahin wo mein erster gegner der mich überrascht hat herkam ok ich bin da drin ich hoffe ich lebe dann ok aua oh shit ich muss mich heilen ich habe einen halben balken übrig schätze ich habe alles eingesammelt da ist ein deutscher gewesen hab du den code für den dresdor ausgenommen nein krank nicht ist jetzt auch schon ein stabiler gespreng 42 42 das mein gott alter ok hör doch nicht das da hinten sind nicht mal 50 meter 42 was 42 meter ah das war ein herztreffer ja gut wie ein feldwarnung liegen das bei den anderen sonst ist nichts mehr zu finden das ist in mir eine sehr große area hier ich weiß nicht ob irgendwas für steck gedödelt ist mit sicherheit gibt es bei dir genauso viel loot wie bei mir oder zumindest ein drittel vom gesamten ja hier liegt eine waffe auf den tisch hier ist wieder eine kiste zum looten ich habe aber wieder richtig viel molly cool das freut mich dann darf ich wieder ganz viel schießen gut so dieses gebiet ist sauber also bei dir oben ist halt noch du kannst das da weißt du was ähm du kümmerst dich um das gebiet hier unten und bevor ich weiter gehen nach links muss ich unbedingt mal auf die toilette ich verstecke mich in der höhle da kann es eigentlich nichts passieren also ich bin mindestens fünf minuten afk bis gleich wie weit kann ich hier vorgehen ich kann hier auf das haus gehen auf dem haus auf dem haus stock der haus in der haus da haus in der haus in der middle of first meet haus schon 23 über 28 ich frage wie lange wach du bleiben willst vielleicht mache ich die schweren kills aufs green mit einfach oder alleine scheint vor allem mit den umgebungs kills ein bisschen insane zu sein werden explosive umgebungskills nicht zählen sondern nur zeug auf kopf fallen lassen das heißt irgendwie jede web so oft was man da machen kann hin und wieder mal da aber eigentlich nicht so ein main ding leuten warte mal achtung minen die wohnen da drin die wohnen mitten in dem minenfeld ich sah einfach mal nix dazu das ist einfach nicht funktioniert aber die wohnen hier mitten in dem minenfeld was ist denn sind die lebensmüde da bin ich wieder wie ich sehe bist du noch gar nicht angekommen ich habe hier leute die wohnen in dem minenfeld die sind selten wo ok ist da alles vermint wo du bist musst du da ganz vorsichtig sein ich bin auf jeden fall vorsichtig der warnung minenschilder und das ich habe einen von denen getötet in denen ich die mine in den minen abgeballert habe oder einen dienstplan mehr finde ich nicht naja bis wie viel aber will sein spielen ich glaube das ist das letzte map wird nicht gesagt das wird jetzt lang genug dauern bis wir hier einmal durch sind ein charakter ist sich nicht sicher ob wir laut oder leise sein wollen was sagst du was sagt das dein charakter ja er könnte dabei laut oder leise vorgehen wobei keine ahnung ich habe vergessen was er vorher gesagt hat bei dem was jetzt kommt schön da liegt auch noch eine mine also bei dir sind auf jeden fall ich habe vorhin gemerkt dass ich auf das dach gekommen bin oh ok das ist auch irgendwie farblich so markiert dass du da drauf kommst wenn du das eine da meinst neben meinem anstieg ok im sales sollte ja keine mine sein ja ich gehe schon mal langsamer nach vorne ah warum was aber du bist tot da war doch noch eine mine und ich gehe durch den tunnel und denke habe ich eine cutscene getriggert aber ja hast wohl eine übersehen ja ich bin gerade neben dem warte mal stehe ich jetzt woanders ich habe nichts verloren ich bin direkt im tunnel ich stehe woanders ok hä ich dachte ich habe dich hier schon gelootet also ich kann dir da denke ich nicht behöflich sein das ist die zelt die ist ja like literally neben dem zelt verstehe ich wie man hier leben kann kann ich auch nicht nachvollziehen wie es möglich sein soll vor allem ist ja nicht so wie es könnten leute nicht von der entfernung auf die fucking minen schießen neee wer soll das schon können man ich würde die gerne alle erschießen aus der entfernung und ich kann nicht was ist das für ein bereich viele leute ich soll es nicht wegrennen wenn ich ein geräusch macht mein gott auch nicht so stehe bitte einfach stehe bitte einfach ich habe eine panzerfaust ich weiß exakt nicht wozu die nehmen eine neue faust eine normale eine normale eine pistole mit mehr reichweite würde mir hier auch gefallen ok jetzt haben sie gesehen dass der tot ist looten wir mal die lydels hier ich habe so einen coup auf der map hier ok das ist eine lupe das ist die durchsuchbare kiste die ich mal markiert hatte ja die siehst du wohl aber zu der kann ich hingehen hast du eine markiert zu der ich hingehen kann ich habe eine markiert zu der du hingehen kannst aber ich nicht genau gönn dir den loot was soll man da drinnen ok shit das ist nicht ok ich werde es herausfinden erstmal springen wir zum fenster rein hier ist nichts drin in dem haus dann spring ich zum anderen fenster rein ich habe es nie mal ein problem ich habe ihn demarkiert und er ist zum questziel geworden ok ok schön aber das ist doch was auf der anderen Seite der map oder nicht ich weiß du machst es erstmal fertig bei dir ich gehe vorsichtig vor damit er mich nicht überhandschauen das heißt ich kann hier nicht looten mal ganz kurz diesen brief mitnehmen und dann gehe ich die treppe hoch ach so fahren wir mal hier runter hallo mister kiste was bist du denn was ist denn hier drin die kann nur ich verschwinden lassen tut mir leid das ist ein problem für sie ich bin sicher aber letztes mal hast du sie auch nicht verschwinden lassen äh das stimmt war sie dann weg ich kann dieser sniper ist ein problem kann ich dir sagen ich kann hier unten durchgehen da komme ich hinter den raus das läuft er sieht mich nämlich so ziemlich überall das haben die gemein gebaut der hat eine super position der Kerl ein Funker war erst eine Lunge dann das Herz ich meine ich kann mit einer Panzerfaust zu dem rüberballern aber oh mein Gott der nervt mich gerne kann dir nicht mehr helfen so wie das ausschaut ja ich muss jetzt darauf warten dass du irgendwann langsam aber sicherlich rüber gehst du hast sogar zwei Möglichkeiten du kannst zurück gehen oder du weil das ist ja da verbunden in der Mitte für dich sehr schön ah ok wenn du meinst dass es da verbunden in der Mitte ist gut siehst du das also das Gebiet wo ich drin war deins führt einmal komplett im Kreis drum rum du meinst es ist ein kompletter Kreis ja ich bin in dem Tunnel gewesen du kannst oben drüber ich geh jetzt erstmal zu dem kleinen Gebäude was hier steht ja äh genau loot so viel du kannst weil wir haben wahrscheinlich keine Karte und keine Website war 1 wir müssen irgendwo Steinadler sein denn es guck dich um oh mein Gott ich bin aber nicht wettig ob der Steinadler findet ich hoffe wir finden eine Website die auch Karten hierfür gemacht hat weil ich habe eigentlich keinen Bock hier Stunden zu verbringen ich habe einen Adler gefunden ja okay kannst du mir markieren wenn du ihn nicht treffen kannst gut der ist 146 Meter von mir entfernt ich werde da jetzt nicht drauf schießen ja ich habe doch gesagt markieren ich habe ihn doch markiert schon längst gehabt zu dem Zeitpunkt also deswegen war ich genervt ah ja ich sehe ihn ich bin erleuchtet du kannst du da jetzt schon hinsehen kannst du kannst echt schon hinsehen ich kann das doch alles durch die Map sehen durch die Map muss man ja nur in die Richtung drehen lauf da durch und sei vorsichtig wer weiß was die da noch gemient hat also bislang ist kein Achtung Minenschild hier dann vertrau einfach darauf die werden sich ja sicher nicht naja ernst gemeint ich meine ansonsten würden sie ja vergessen wo die Minen sind ja ah ok ich kann unten durchgehen oder oben drüber und oben drüber scheint ein Gegner zu sein so wie meine Map das zeugt und jetzt komme ich von hinter ihm und schieße ihn hin und rücken oh shit da war ein Blätter ja ich habe seine Lunge getroffen wie viele Lungentreffer brauche ich eigentlich noch einen noch einen Lungentreffer und was genau ist das für mein Skin über 300 Meter ah ja nice macht so viel das Konzept dass man das andere erschaffen muss bevor man da überhaupt Punkte drin farmen kann finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof ja ist gemein ich habe definitiv ein paar Weitschüsse auf dieser Map aber gut du bist schon bald da sehr nice du ich habe dir hier so viele Leute markiert du kannst dir so viel töten ist das der Sniper den ich vorhin umgebracht habe wenn da einer war ich hätte nicht gedacht dass das ein Bereich ist auf den ich drauf komme hast du schon zwei hast du den schon gelogen? hast du schon zwei tot oder nicht? sieht so aus da ist auch noch ein Typ das bedeutet aber du hast nur einen von ihnen gelootet wenn schon zwei tot sind weil wir nur einen von drei Berichten haben dann war das keine Sniper anscheinend also ich kann dir sagen bei dem ersten Sniper den ich gedreht habe lag der Bericht nicht in ihm ach so machen wir das jetzt anders sehr nervig äh ok gehen wir mal erstmal da lang komm ich jetzt schon näher an die haben einen FK 42 hier liegen am liebsten würde ich den mitnehmen ich würde das so gern einfach reinballern jetzt aber ich will dir ja deine Scharfschützenkills auch nicht nehmen in der Ruhe ich habe weiter genießen in der Ruhe liegt die Kraft weiß nicht wo geht es da hinten lang ach so letztes Objective den Transporter soll ich sogar noch analysieren das war ein Herztreffer ich glaube es ist gerade Krieg ausgebrochen ah ja das kann sein nehmen wir mal die Waffe ok wo ist denn Mr. Adler da hinten ich kämpf mal ein bissl offensiver jetzt sind hier Umgebungskills zum anbieten schaut irgendwie nicht so aus ja das war der letzte Lungentreffer ich vergesse dass wir nicht mehr auf Kadett sind deswegen ist das so schwach ah ja ok wir alle zu looten ist vielleicht schwer also verzeih mir wenn ich nicht alle Abschiedsbilden finden werde aber du darfst das ja dann nochmal wiederholen ah ja ok und dann darf ich alle looten ja wir machen das sicher mehr als zweimal weil hier gibt es ja auch Herausforderungen gehe ich hinzu oh da hinten ist ein Truck äh ich hoffe du kannst den sprengen weil die Leute sich zu sehr verteilt haben ja ok jetzt hätten wir ein bisschen früher sagen sollen dass ich da hingucken soll ja habe ich gerade erst parken sehen aber der Sniper ist weg das ist sehr gut der Schatten was ist das für ein Erfolg ja du bist unendlich ah ich muss jetzt mal Leute looten oh ich bin Level 50 geworden das war der Erfolg achso oh mein Gott kann ich bitte meine Waffe aufnehmen die liegt doch hier ich sehe sie doch ich krieg meine Waffe nicht mehr wieder Spiel warte mal wenn ich hier stehe mein Gott sei meine Waffe ist ja eigentlich auch ein Generator oh hier ist ja auch einer oh ich habe sie wieder kurz aber 150 Schuss hätte ich vielleicht vorher machen sollen vielleicht auch nicht aber das Sniper hat genau hier hingeguckt das mag sein das mag sein also ich mach mir jetzt nicht mehr so die Mühe mit dem leise sein okay hört einfach so viel du kannst damit ich es nicht so schwer habe mit meinem Rambo mit dem Haus da komme ich nicht hin ich loote ach der guckt weit genug raus er muss sich nur noch mal kurz mit seinem Kopf nach oben bewegen und da war ein Kopfschuss warum okay keine Ahnung sind die Animationen hier weniger oder sowas äh ja da musst du aber was dran machen das kann ich nicht ach weiße ja da musst du was dran machen hast du nicht das war noch markiert du weißt du was das da ist oder nicht ich hab ja natürlich weiß ich dass dass da dieser Stand ist wenn ich komplett bescheuert aber ich hab trotzdem nicht dran gedacht und bin auf die Straße gelaufen also bin ich gestorben ja mein Gott alter er hättest du schon längst dem Visier nehmen sollen dass du den ausschaltest ist dir bewusst wie weit weg das ist sonst nichts wie weit weg das ist ein paar Meter nach vorne ich war auf dieser Straße wie hätte ich es zu ihm schaffen sollen wenn ich es nicht geschafft habe um die Ecke zu gehen aber gut ich lauf jetzt auf ihn zu doch nicht währenddessen der Sniper noch lebt gib mir einen Moment zum Looten oh ja genau du weißt du wie weit wir besettet wurden ich war wieder drin im Gang ich musste erstmal wieder vorlaufen hä? ja stimmt ich muss eigentlich keine Dinge zu daran haben oh mein Gott ich hab den Plan du musst den Sniper gar nicht töten äh doch weil der nervt ja Sekunde vielleicht schaff ich es auch selbst ach so ach so das Teil hat ja gar nicht okay ich schaff es nicht vielleicht kann ich das da so machen naja bin ich jetzt auch für die Leute da unten rot keine Ahnung keine Ahnung du bist doch vor denen du musst das doch besser erkennen können die sind alle gelb bei mir ich weiß nicht was dein Problem ist also bin ich nicht rot das war meine Frage rot ist nicht nein die sind erst rot wenn ich dieses Teil hier in die Luft jage also ungefähr so ich glaub eigentlich nicht dass das daran hängt vorhin sind sie rot geworden woran hätt's dann sonst liegen sollen keine Ahnung dann sind sie immer noch hier du bist also vergeigt ich möchte diesen Truck sprengen bevor er kommt ich hab nen Haufen Minen ich bin voll mit Minen ich muss da also hin und die hinlegen Scheiße es lohnt sich nicht die zu looten aber ich brauch den Dienstplan von dir also solange sie gelb sind kann ich ja versuchen hier lang zu schleichen Töte ist einfach so viele du kannst so kleinen Helden schützen die werden mich niemals bewegen zur Hölle kam hier überhaupt nen Truck rein leg ich hier noch nen TNT dazwischen da kam da rein, hä? du bist da hoch gegangen aber hast du das Ding nicht ausgestalten auf dem Weg und ich gehe gleich zurück okay ja keine ahnung ich verstehe nicht wie du da überhaupt durchgekommen bist ohne den auszuschalten oh mein gott sie sind tot ich bin tot ich habe ihn muss mich kurz heilen ich glaube wir haben eine art von ich habe sound gehört wie als wenn du tot wärst aber anscheinend warst du doch am leben ich hab's überlebt alles gut jetzt kommt der truck siehst du ihn deswegen wollte ich halt nicht drauf ja kümmere dich um deine eigenen kraft aber ich hab doch gar nichts zu kümmern ich ist ein aufmerkierter leute zu denen ich jetzt hochlaufe weil du sie noch nicht ich dachte deine gegner sind nicht mein kram ich muss sie schon looten was mich schon genug nervt und ich habe schon welche vergessen wie hat der den schuss überlebt ich glaube da hast du den schuss nicht gehört man wer fragt das nochmal ach ja cool ich sitze mich der typ kommt gleich rauf und ballert auf mich aber er war paul hatte keinen bock und ist woanders lang gelaufen geben mehr gegner scheint es ja nicht zu geben vielleicht spawnt gleich nochmal was das ist denn das andere ziel hier das ist alles auch ich muss ein spion finden oh mein gott guck mal ob du ein spion irgendwo siehst äh wo denn keine Ahnung liegt hier irgendwo rum in diesem riesigen kreis oh der eine gegner ist ja von hier weggelaufen lol was macht er denn da hinten bin ich doch gar nicht du ich kann ihn doch nicht am leben lassen läuft er einfach weg und da mache ich ihn einfach einen augenschuss dass sie wird sehr nicht freut mich dass ich scheinbar keine killcam habe das ist gut du hast ja mir kam die frequenz der killcams auch etwas seltener vor und ich habe das gefühl dass du meine nicht sehen kannst das gefühl habe ich auch verwirrt mich schon ein bisschen ja das spion war außerhalb deiner sichtweite das ist ein bisschen sehr weiter bei mir auszuschließen aber gut bei dem 1 generator ja ins haus können wir nicht kommen ein abschiedsbring hier ist auch noch mal ein brä da sagt man tschö mit ö da hat ja mein kopf mal gepackt kannst du schon mal weiter gehen tust du ja jetzt eh du hast nicht mehr viel zu bewältigen auf dem weg nach vertania city ich muss jetzt erstmal looten nachholen ich hoffe ich rede nicht so leise meine ahnung musst du dann leise reden ja so ein Mist wenn du doch alleine leben willst ich schätze ich habe alles eingesammelt ich denke was heißt leider ich denke die vorteile überwiegen ganz eindeutig hä bestimmt nicht du bist aber echt doof und so gehe ich jetzt zum haus ja du kannst schon mal alles töten wenn du willst ah ok da hätte ich dir heute vorher auch schon nehmen sollen können aber den habe ich da gar nicht gesehen wer hat denn meinen generator zerschossen ich war es nicht ich komme da gar nicht hin hast du vielleicht selbst drauf geschossen äh nein habe ich zu 100% nicht weil ich nicht meinen eigenen generator ausschießen würde na egal da schießen wir mit Ultraschall-Munition scheine der letzten Gegner zu sein Ultraschall krass was du alles hast warte mal macht er noch Geräusche anscheinend macht er noch Geräusche das ist ja kaputt aber anscheinend doch nicht anscheinend doch nicht anscheinend doch nicht so kaputt mhm dieser Transporter ist komplett ohne Menschen unterwegs gewesen ich habe hier gar keine Leichen zu looten ah hat doch da naja aber viele von uns nicht ok wangen du machst du wieder Geräusche das ist schwierig verarschen da ist da wo ich den Triple Kill gemacht habe muss ich noch looten oh meine zweite Hälfte an Minen die kann ich ja wieder mitnehmen ach was ihr habt gemerkt dass der Tod ist wie denn überhaupt hat er jemand im Haus oder was so ihr drei da habt sie auch noch was für mich alle drei nicht looten das macht es einfacher wenn die einfach gar nichts haben das ist doch schön ok ich denke ich bin hier fertig irgendwie fehlen Abschiedsbriefe drei stück sind ganz sicher nicht da oben ich glaube aber dass ich jeden gelootet habe der in meinem Areal das ist schön oh das ist wahnsinnig das ist wahnsinnig das ist aufzähl erledigt das ist gut dann muss ich ja jetzt nicht mehr dorthin was ne du musst nicht mehr dahin natürlich musst du dahin die ganzen Gegner musst du verduten hm du hast da Leute umgebracht du das Hauptziel war General natürlich bricht der Gegner um glaubst du die Villa war leer oder was sie sieht ziemlich oh mein Gott bis auf den Typen direkt vor meiner Nase leer aus ja was glaubst du warum gut ich bin gerade beinahe gestorben weil du den nicht gekillt hast aber ich kann es dir nicht verübeln ich glaube du kannst hier nicht hin du der ist Baum ich habe Sichtfeld auf die Villa ich habe Sichtfeld auf den damit er dich nicht umbringt ich weiß gerade nicht wer bei dir schießt der Typ der nicht erschossen hat ah da laufen noch ein paar kannst du die töten oder muss ich äh ich versuch's äh ich hab keine ich hab keine leise Ammo mehr ähm jetzt ein bisschen ich setz hier Minen vielleicht verfolgen sie mich weit genug ach du kommst da sogar hin ach du kommst da sogar hin äh ja so weit kann ich anfüsen weil danach kommt ein Stein Stein und Baum mein Nemesis äh kann der Panzer er hat ne Granate geworfen er hat ne Granate geworfen und meine Mine aktiviert und ich war also ich glaube nicht dass da noch wirklich viele Menschen waren na und ich hab das Symbol gesehen von einer Granate bin rückwärts gelaufen bin gestorben weil die Granate meine Mine gesprengt hat die näher dran war ja also warum willst du mir schon wieder einreden dass ich dir alles falsch mache warum befindest du dich vor deiner Mine und nicht hinter deiner Mine wenn du die Gegner da rein haben willst gut ich will den Typen looten wo ist der zweite eigentlich ich hab jetzt nur noch eine Leiche hier es waren noch zwei Leute an der Ecke ich hab den Kanonier getötet anscheinend das fragt mich für dich da hat der grad nicht auf dich geschossen hä wer nein der Panzer da hat man hier schießen ich frag mich wo die andere Leiche kommt alter grad nicht auf dich geschossen hast du hier angekommen generell wo hier Leichen sind ja überall da hier ist einer mit dem Dienstplan hä äh das war aber nicht der war auch glaub ich anders da war noch woanders denn der Offizier dich getötet war das kein Offizier? war das ein anderer? ah verpassen genau da einfach nur einfach so wichtig oder was im Lampenfieber den Panzer sprengst du bitte ja ich spreng gar nichts irgendwann mal äh du ich kann den von hier oben aus nicht spreng ich hab nur ne Sniper ja dann gib dein bestens wie soll ich dem in das Sniper sprengen? ich hab den Fahrer getötet ok jetzt ein Ding platzieren ja auf die Seite kann ich leider nicht gucken aber schau mal der hat ein Abschiedsbrief nice ja machen wir noch das Auto kaputt im Orten ich hoffe da drin ist nicht allzu viel los ich also wenn die sich da drin verschanzen dann ist da welche drin aber wenn nicht dann äh sollten die echt alle tot sein ja kann ich den erreichen oder ist der hinterm naja kann ich war nicht hinterm Baum habe hier noch jemand nicht gelootet? ist der jetzt tatsächlich nicht so viele Leute ja das kann ich dir jetzt nicht so gut sagen ich weiß dass im Haus also der oben auf diesem Gehweg war auf jeden Fall einer auch sogar zwei Schokolade ich weiß nicht ich weiß nicht aber stelle Japp, 4 von der Fünf. Steht da noch ein Zweiter, oder wie? Ich habe eigentlich nicht gehofft, dass jetzt noch eine Armee kommt und ich mich hier verschanzen muss, während du mir Rückendeckung gibst. Deswegen habe ich dir überall Sprengfallen hingelegt. Also wir müssen jetzt noch Akten einsammeln. Ja, aber es kommt doch jetzt niemand mehr. Wir haben alle Ziele, außer... Oh, ein Munitionstransporter ist noch irgendwo. Dann muss ich den abholen. Wo ist der Transporter? Wir haben irgendwo einen Transporter versehen. Das ist dumm. Also ist da ein Transporter? Einfach nur ein LKW halt. Ist irgendwo noch ein LKW, den du nicht sprengen kannst, dann tut das gut. Also unten ist noch ein Tankluster? Ja, schieß drauf, wenn du kannst. Ja, du... Nicht parken, einfach machen. Welches unten meinst du? Wer ist unten? Okay, ich glaube, ich komme hier nirgendwo mehr hin. Ich habe alles. Abholpunkte halte ich mich jetzt also fern. Ganz da unten. Der eine Tankluster. Oh ja, das ist... Sicher ist das ein Tankluster. Ja, dann lauf mal. Guck mir, leid, habe auch nicht drauf geahnt. Munitionstransporter. Ich wusste nicht einmal, das ist wie... Ich habe mir gesagt, nicht so schlapp, dass der richtige ist, aber geh einfach mal hier nicht so drauf. Er ist explodiert. Und ist die Quest... Erledigt? Nein, zwei von drei. So, ich habe keine Ahnung. Auf der Map ist kein markiertes Auto mehr. Ja, das ist, äh... Weil ich ihn wohl nicht gefunden und markiert habe. Heißt nicht, dass er nicht existiert. Was fehlt uns denn sonst noch? Zwei Leichen muss ich irgendwo looten. Und du darfst Steinadler suchen gehen. Ich darf dich suchen gehen. Naja, ich meine, da hast du ja nichts anderes zu tun jetzt. Schade, das hat er gerade hier dann gesehen, aber nee, das war nur... Ich würde sagen, markier mir bitte Leichen, aber das kannst du ja schlecht. Weißt, wie viele Leute hier ungefähr waren in dem Bereich, damit ich abschätzen kann, ob ich noch welche suchen muss. Oh, den da habe ich ganz sicher nicht durchsucht. Der hat aber nichts zu schauen. Weißt du, was ich mich frage? Sniperberichte fehlen auch, oder? Nein, Scharfschützenberichte haben. Okay, dann haben die einfach keine. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Ach so, der am Arsch der Welt gelegen ist. Ja, klar. Bin gefährlich nah am Abholpunkt. Aber ich muss hier jemanden looten. Ja, ein Abschiedsbrief. Okay, jetzt fehlt nur noch ein Abschiedsbrief. Und dieser verdammte Laster. Allo, ist ja irgendwann ein Mensch. Ich suche freundliche Menschen. Eigentlich suche ich nur tote Menschen. Freundlich sind sie, glaube ich nicht. Aber schon gibt mir einen Abschiedsbrief. Nein, hat er nicht. Ich glaube, das war einer. Na, da ist er gefunden. Na, ist er gefunden. Allo, to go. Und ich muss noch eine Leiche finden, die einen Brief bei sich hat. Hurra. Ja, das kann ja... Ja, ganz im Ernst. Das könnte unmöglich sein. Ach, unmöglich ist jetzt aber... Ich habe ihn. Ja, den nicht. Also in diesem Gebiet, glaube ich, gibt es dann keinen mehr. Ich muss nochmal die Mitte kontrollieren. Da ist noch ein Typ. Den habe ich, glaube ich, nicht gehört. Ja, komm schon, hast du. Hilf mich mal. Scheiße. Das ist der letzte hier, soweit ich das erkennen kann. Du weißt, was das heißt. Ich muss nochmal alle alten Gebiete ablaufen. Du kannst natürlich bei dir kontrollieren. Aber das waren ja nur halb so viele, also... Suche erstmal den dritten Adler, bevor du irgendwas... Ich glaube eigentlich, dass ich jeden gelootet hatte, der bei mir war. Da fliegen Adler in der Rüft, zählen die? Nein, das muss ein Steinadler sein. Das heißt, ein Steinadler. Ja, ich weiß nicht, vielleicht fliegt der ja auch. Ich habe Licht ausgeschossen, zählt das? Nein, du bist langsam... Du bist doch verrückt. Was war denn das? War das irgendwie ein Glas? Das war ziemlich laut. Anfällest du mir halt nicht. Ich weiß nicht, ob das laut war oder nicht. Ja, hast du ja nichts gemacht, was ein Geräusch gemacht hat? Nein, ich habe auf nichts geschossen. Ich renne einfach nur hier rum. Ich meinte, in real life. Hä? Ach so. Das kann schon sein. Achte ich doch jetzt nicht drauf. Du musst es doch eigentlich lauter hören als ich. Wundert mich, dass du überhaupt was hörst. So, wie weit muss ich hier lauten, bis es wieder ein Mensch kommt? Äh, so. Ich spreng zivilfahrzeug. Vielleicht zählt das. Ja, einfach alle LKWs, die du siehst. Alle Fahrzeuge. Vollkommen egal, was für welche. Scheiße. Ich hasse es, wenn der Leiche keinen Brief hat. Naja, können nicht alle Briefe haben. Warte mal, wir haben jetzt ein Atlas im zweiten Gebiet, da wo ich jetzt gerade bin, zerschossen und den dritten im dritten Gebiet. Das heißt, der erste ist ja wahrscheinlich im ersten. Hier habe ich doch jemanden erschossen. Und zwar ist die Leiche hin. Ich weiß, dass ich hier jemanden getötet habe. Ach so, vielleicht haben wir das ja resettet. Ne, das ist anscheinend... Schönen. Das ist anscheinend nur Schönen. Kein Stein an der Art war. Ach, hier ist ein Mensch. Er hat keinen Brief. Ich bin bald voller Munition. Ist doch gut. Aber weil ich sie heute auch noch brauchen werde, ich sehe schon. Ich sehe ein Auto, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das sprengen kann. Fall einfach drauf. Oder hast du Munitionsproblem? Du, ich muss schon die richtige Seite treffen, damit das explodiert, ja. Ist das das? Anscheinend. Oh Gott. Was ist das? Was ist das optionale Ziel erledigt? Such mal noch schönen Adler. Kontrollier die Leichen. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Ich habe noch eine Leiche, die ich nicht gelootet habe, aber er hat nichts. Wie kann das sein? Ich weiß nicht, hast du all die Leichen, die mehr oder weniger im mittleren Gebiet waren, gebootet? Bin ich im mittleren Gebiet? Oder wo bin ich? Wo bist du? Wo bist du? Ich dachte eigentlich schon, dass er dann was für dich hat. Ich habe nichts bekommen. Vielleicht zeigt er das ja so nicht an, wer weiß. Adler, wo bist du mein Sonnenlicht? Ich meine, ich habe den Vorteil, dass ich es in der Reflexion sehe, sehen könnte, wie ich ihn finde. Aber da leuchtet er auch so ohne. Hat der letzte halt nicht geleuchtet? Habe ich auch nur gesehen, weil ich mir gedacht habe, auf diesem Haus würde er wahrscheinlich was sein. Und dann war er halt da drauf. Gut. Ich bin bald zurück. Wird nur sicher gehen, dass ich hier niemanden verpasst habe. Also, ich zerschieße noch Licht. Oh komm, schießen wir das da auch runter. Oh, bitte sei... Nein, der ist es auch nicht. Oh, der ist ein Mapper, der echt für die Züge, oder? Züge? Was lauscht du? Nein, Ziele. Dann habe ich dich wohl falsch verstanden. Ich schieße mal auf den Mond, vielleicht hilft das. Verzweifelt es irgendwo. Pass einfach nur auf, dass dir die Munition nicht ausgeht. Wäre sonst ein bisschen doof. 10 plus 33. Klingt ausreichend. Bei der leisen Null, aber wir müssen ja nicht leise schießen. Okay, es ist sehr wahrscheinlich eine Leiche im ersten Gebiet, die ich übersehen habe. Da war ich etwas unaufmerksamer beim Looten. Aber hier bin ich jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass ich alle habe. Also, laufe ich mal zurück. Was, wenn der dritte Adler so versteckt ist, dass du ihn nicht sehen kannst? Und ich ihn töten... äh, zuschießen wir das. Hier in der Höhle zum Beispiel. Ich würde gerne diese Explosiv-Dinger zu stören, aber anscheinend ist der Trigger-Point für die nicht an der Stelle, die ich treffen kann. Ich würde gerne diesen Schlüssel zu spüren. Ich würde gerne diesen Schlüssel schießen. Ich habe auch was gefunden. Was soll ich denn finden? Keine Ahnung. Es fehlt uns ein Abschiedsbrief und ein Adler. Alles andere haben wir, was ja eh schon ziemlich gut ist für einen First Try ohne Kabel. Aber irgendwie ist die Map natürlich auch. Ich sage mal ordentlicher, sich ganz so breit gefächert durch die Einteilung in gerade mal drei Gebiete. Der Ofra-Abhörposten. Wenn ich ihn zerstöre, ist Schluss mit dem Sammeln von Informationen. Ofra-Abhörposten? War das jetzt bei dir? Hatte einen Charakter, aber ja, das war ich. Ach ja. Ich weiß nicht warum. Machst du ihn kaputt? Meiner Meinung nach ist ja schon alles kaputt. Ich meine, klar, hier sind noch paar rote Fässer. Aber muss das sein. Ach, da ist noch ein Mensch, der nicht looten kann. Bitte habt den Brief. Ich heule gleich. Heule doch. Nach dem Medium. Wenn ich einschlafen will. Und daran denken muss, dass wir hier nochmal rein müssen. Am Ende ist der wirklich in der Höhle drin, oder so. Weil ich kann doch so ein bisschen mit meinem Fernrohr gucken, ob er mir entgegen blinkt. Oder ich ihn zufällig markiere, indem ich klicke, wie ein Wilder. Ansonsten, du kannst ihn mal googeln. Ich scheine ihn nicht zu sehen. Wieso lebt dieser Truck noch? Weicher Truck. Da sind zwei Leichen. Ja, er hat ihn. Ich bin so glücklich. Okay, wir brauchen nur noch einen Adler. Ja. Oh, das ist ein Schlauzein. Der ist nicht immer. Oh mein Gott, ich habe ihn gefunden. Ich passe es nicht. Siehst du den? Hast du ihn markiert? Ja. Da, wo auch die Lupe ist. Hinter der Lupe auf dem Haus. Ja, der ist sehr unauffällig. Als ob ich den gefunden habe, gerade zufällig. Es hat mich einfach so angeblinkt, als ich da hingeguckt habe. Und dann habe ich geklickt und dann war es. Ja, bei mir blinkt da leider gar nichts. Oh, Gott sei Dank. Ja, jetzt müssen wir beide wieder hochlaufen. Na ja, nur du kannst verlassen, aber... Ja, aber wie geil das ist. Instant 100%. Ich hoffe, dass es hier auch Challenges gibt. Achievements gibt es aber scheinbar keine, außer halt einmal fürs Beenden. Ich meine, das Feld ist grundsätzlich ja... Da ist ja Platz. Ist ja nicht so, wie es... Ja, man sieht es halt immer erst nach dem ersten Erfolg. Du kannst also gleich nachgucken, bevor du den Part beenden musst. Wissen die Zuschauer schon, was auf sie zukommt? Ach, ja. Ich sitze hier noch nicht fertig. Ich muss erst mal die Leiter runterfallen. Wenn es welche gibt, dann bin ich erst mal snipen. Wir tauschen dann sofort. Wir können dann natürlich, falls wir noch einen dritten oder vierten Run brauchen, auch wieder zurücktauschen. Und auf der anderen Map kann man uns überlegen, wer wo anfängt. Ja, wir tauschen eigentlich mal alles durch. Ich hab... Eigentlich habe ich wenig Lust, so viel Zeug zu looten, aber... Ist halt jetzt natürlich alles bei mir, weil hier... Weil ich alleine unten bin. Ja... Aber trotzdem bin ich generell lieber unten am Camp. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Abrufe. Hi, Carl, wie geht's? Ich bin Harry. Abends geschafft. Ah, ja. Da ist ein Lagerkoller. Nein, danke, Chief. Oh, schau mal. 0 von 5 Herausforderungen. Das sind nur 10% wert? Ja. Die letzten 10%. Oh mein Gott, ich bin Level 50. Ja, schau mal, wie lang es... Also, ich bin ja schon Level 50, seit du 42 bist oder so. Und ich hab ein Viertel vom Balken zu 51. Das ist jetzt auf einmal so ein mega Drop-Off-Point. Das ist, glaube ich, jetzt sogar Lithuani doppelt, sondern... Wenigstens. Liesst du uns noch die Herausforderungen vor, oder schauen wir uns die dann erst im nächsten Part? Ja, da haben es mir eigentlich wurscht. Liesst du dir was vorlesen? Auf jeden Fall ist das der letzte Part von Router. Ja, okay. Oh, das klingt aber ganz gut. Sorten ja reicht. Töte höchstens 15 Feinde. Hahaha, wie ist die Hölle soll ich... ...unter 20 Minuten ab. Oh, das ist kein Problem. Keine Markierung. Oh, das ist auch kein Problem. Deaktiviere den Hochposten ohne den Feind zu anarmieren. Oh, das darf ich dann... Finde die Ausweispapiere der Kommandanten ohne eine Wache in den Villa zu töten. Oh. Ja, für Spaß. Aber wir überlegen uns... Also, durchrushen ohne Markierungen mache ich gerne. Halte ich für einfach. Vor allem, wenn wir jetzt auf Kadett wechseln. Das andere, also du bist ja eigentlich gern jemand, der durch die Gegend schleicht. Ach, das ist ja auch mehr als ich. Also, da habe ich nichts dagegen, wenn du das dann übernimmst. Dann, keine Ahnung, was ich dann mache. Ein bisschen Rückendeckung. Leute, wir werden dich für dich entdecken. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020